ja freunde herzlich willkommen zu einem neuen video und zwar heute ihr seht es ja schon gibt es die feier event büller wir haben hier einmal feier event büller a dann haben wir d und wir haben auch die neuen super 2 büller von feier event ich bin wirklich sehr gespannt jetzt beginnen wir natürlich erst mal mit den kleinsten obwohl die größe von b böllern haben aber bei feier event sind das aber wow richtig überzeugen die teile machen wir gleich noch mal zwei stück und jetzt die zwei letzten der letzte hatte richtig druck also mir dröhnen es richtig in ohren also das ist richtig sind aber lass das krass jetzt die d böllung ja die waren auch nicht schlecht gleich mal noch der hatte richtig ordentlich druck und jetzt die letzten beiden machen wir zusammen freunde wie ich diese schnipselböller liebe und jetzt die super 2 von feier event also das ist wahnsinn was die für druck haben heftig also wer noch die alten katanböller kennt so in der art so hermann die abwecken abw 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 Untertitelung des ZDF, 2020